Alles meins. Nein? Doch. Nee. Wow, 180 HP. Das ist nice. Ich habe hier mal noch ein bisschen mehr Geld drin. Und das Licht mache ich auch mal noch in die Kiste. Und die ganzen Steine. Ich habe hier so viel Zeug, was niemand braucht. Zum Beispiel? Zum Beispiel ganz viel Zeug. Achso. Und Stein. Wobei Bomben kann ich dann mal benutzen, theoretisch. Und Bogen? Ja, dafür sind sie da. Ich könnte mir mal einen Bogen machen irgendwann. Nein, Bogen bringt nichts. Echt? Es ist ja noch andauernd Pfeile craften und so, das ist total blöd. Okay. Und die Pfeile, die bringen gar nichts. Benutzt lieber deinen Boomerang, dafür ist er ja da. Okay. Ja, aber Pfeile kann man schneller schießen, oder? Wow, wie viel Silber hast du gefunden, ey? Meins, 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 meins. Ich komme. Ich komme. Silber! Ahaha, Tom bekommt gar nichts. Ich will meinen scheiß Enterhard. Ich will einfach nur mehr Herzkristalle. Ich will einfach nur mehr Herzkristalle. Ja, mit Silber kannst du kein Enterhard machen. Stimmt, ich brauche Eisen, oder? Dann tausche ich Silber gegen Eisen. Okay. Mach mal, ich habe noch ein bisschen Eisen. Okay, ich bin hier definitiv falsch reingehüpft. Freiwillige für raus. Ähm. Ich würde da nicht reingehüpfen. Nö. Tom soll es mit sein. Okay. Ja, Tom, komm mal. Tom, ich gebe dir gleich. Ich bin der übelste, umstellt von Schleim. Mutterschleim, geh weg. Äh, wir müssen mal gucken, was hier unten abgeht, ey. Ah, ich habe ja mal einen Boomer dran. Hier sind vier Mutterschleime. Ich hüpfe einfach vorbei hier jetzt. Huah, und rennen. Lois. Ja, ich kann den nicht werfen. Ich bin gleich da. Ja, mach das weg. Mach das weg, mach das weg, mach das weg, mach das weg. Oh, shit. Oh, shit. Das könnte was dauern. Hier unten sind... Töte die Schleime. Töte sie. Töte sie. Holy moly. Okay. Holy moly. Den ersten haben wir schon mal. Na, jetzt habe ich hier drei Baby-Schleime. Ey, das ist so nervig. Ah, das ist stark. Könnt ihr bitte sterben. Da kommt der Nächste. Geht kacken. Ich hasse das. Komm, hat man sie besiegt, kommt der Nächste. Geht kacken. Ah, mach das weg. Boah ey. Nein, da kommt noch einer von hinten. So ein Gaylord, Spasti. So war ich hier meinen Heiltrank. Der wird jetzt erst mal instant genommen. Kommt runter, ist es sicher. Nee, ist es nicht. Hier ist noch ein Mutterschleim. Immer die Vase. Mutterschleim, weg da. Mutterschleim, ich habe gesagt weg da. Babyschleim auch weg da. Ihr seid hier unerwünscht. Hier ist nix. Wir können höchstens mal so gucken. Nee, hier ist nix in der Nähe. Komm, okay. Ich bin gleich da. Ja, bis zu spät, Tom. Brauchen wir kein Opfer mehr. Na dann. Ja. Ey, Lord. Herz, 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 Herz. Ja, der ist dein. So fair will ich noch sein. Ich brauche nen Hammer, ey. Okay, dann hole ich ihn mir. Ich hab's. Dann benutze es. GZ. Den Schleim hab ich doch gekonnt in eure Mitte geschossen. Ja, auf jeden Fall. Ich brauche irgendein Müll. Hier ist Mother Slime. Obsidian. Ah. Ohhhh. Woah. Woah. So, den macht ihr da. O mein Gott, O mein Gott, O mein Gott, O mein Gott, O mein Gott. Oh, dein Gott, oh, dein Gott, oh dein Gott, oh, dein Gott, oh, dein Gott, oh, dein Gott, oh, dein Gott. Ah, mach das weg. Könnt man nicht tieforte jetzt runter muss. das wenn es im Weg oder aus dem Navigator um mich mit dem Weg Prozent der Weg wird kein leichter sein wenn ich dann habe ich mir den Weg zu euch durch okay hier werden Minenhelm wirklich er von uns 0 ich sterbe ja ich ertränke hier ist ganz viel Eisen wir müssen irgendwie das Wasser ablösen das ist sehr praktisch ich will so eine blöde Kiste haben ich habe ja ordentlich Kupfer und ordentlich Silber gefunden das ist nicht schlecht das bauen wir doch gleich das ist ein bisschen das interessiert uns hier unten glaube ich nicht ne? oh nein jetzt bin ich in der falschen Hütte geht's halt oh mein Gott aber ich habe trotzdem Silber gefunden geil ja ich habe ja auch eine Riesenmenge Silber ich habe ja auch eine Riesenmenge Silber ich habe ja auch Riesen ich habe das ein bisschen Geld war Silber, Silber, Silber reden das Silber und ich habe Eisen gefunden Iron Ore geil ja die Leute hier oben unserer Nurse hey, what? da ist eine Kiste, ich habe eine Kiste, Alter geil und nun ist die unter Wasser mit einigen Schleimen nebendran stört euch alle Schleime stört euch alle Schleime so, mal in die Kiste gucken Hermes Boots The Vera can run super fast geil dynamit fünf Heideltränke und eine Goldmünze wow nice wie kann ich dir jetzt anziehen die Stiefel? rechts auf Accessoire ziehen ah nice und jetzt kann ich sehr schnell rennen wie mache ich das? nein du musst so eine bestimmte Zeit lang einfach geradeaus rennen und dann wirst du einfach schneller so geil das ist cool das ist cool das ist echt cool hey das darf doch nicht wahr sein du nur oh ja ich habe noch Edelsteine gefunden hier nice Edelsteine oh mein Gott, Alter die geht jetzt hier oben ab ja hier oben geht die Party ab ey oh mein Gott, Alter ab geht die Party und die Party geht ab und ich sag hey ab in den irgendwas Norden oder Süden oder was auch immer mir egal Westen Westen ab in den Westen im Osten ist es kacke hey oh was geht das ja 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 die deutsche Frage im 20. Jahrhundert oh Danny Voss Line ja 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 bleibt mir noch unter die Nase ich bin jetzt jeder hier oben die Bude verteidigen muss oder was da haben musste nicht das muss niemand geben die MPCs die kommen wieder achso wir brauchen die schon wir haben eindeutig zu viele Türen wir müssen das irgendwie anders machen das müssen wir in die Bude umbauen das sieht hässlich aus hier noch mein Gold Gold, 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 Gold Fisst euch mal ich sterb ihr schon wieder gleich oh mein Gott ey ich will nur noch Tom was lane inzwischen sterb ich nicht hier ist ne übelste Unterwasser Gegend da geh ich jetzt nicht rein schade ich will ein Item mit dem ich unendlich lange atmen kann gibs nicht muss es geben ich will ja wie kann ich mir jetzt so ne Kette herstellen wie heißt denn die aus 3 Eisen der heißt irgendwie Chain oder so Kette halt ja ok ja natürlich jetzt sterbe ich schon wieder ey ich sag's dir ich kotz gleich ab los kotz kotz ja ich glaub ich bin noch wenig ich bin seltener gestorben ja 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 wenn du auch erster ab ab Part 11 dabei bist so zu sagen naja das ist das geht natürlich auch das ist ein Argument oder ja das ist finde ich gut dass du mich verteidigt so weh so weh Wodendor 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 Stuhl herstellen ein Stuhl und das bringt dir was Garten ähm zu viele Gegner ähm ähm stirb Tom stirb Tom ich hab jetzt immerhin 5 Lebenstränke äh schon 36 Silber hier oben gefarmt ja viel zu viele Gegner für meinen Geschmack hier unten drin äh hier oben sind auch nicht viel weniger ja das kann ich mir glauben aber bei euch sind es immerhin keine schwarzen Mutterschleime und äh Skelette und Gaylords und so weiter ja dann hausen scheiß Zombies ja aber man wirklich an Augen ganz viele Augen da Iron Chain heißt das Ding oder? richtig wie viel brauch ich davon? und ich verarschen 3 3 ne 2 oder? 1 3 ich will dich nicht verarschen wenn du mir das mit 1000 glauben würdest dann wärst du einfach nur dumm ja wow ok ich hau jetzt ab hier ja komm mal nach oben ja ich komm bald sobald hier ich erstmal klar Schiff gemacht hab hier unten Lass die Zeit Alter ein abgehacktes Bein sieht lecker aus ja haha es geht sag mal wie viele Gegner wollen die eigentlich noch kommen? ah die Nacht ist noch jung boah ey boah ey ah grappling hook das ist doch das Ding ja ja yay blöden Skelette bleib weg von mir ah boah nächstes Ding mampfen ich brauch Stein 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 danke so abgeschlossen puuh jetzt hab ich meine ganzen Pilze verbraucht das ist nicht gut boah bald ist es vorbei nein ich buddle mich immer nach oben hin raus boah der grappling hook ist ja richtig geil lalalalalalalalala Dani du bist tot übrigens ach so ohne dich hätte ich das jetzt gar nicht gemerkt hab ich mir schon fast gedacht also hab ich dir den unglaublich äh wertvollen tipp gegeben ja ja mal noch w im im in 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 Ars aber wir sind das auch tot Hey, dann kann ich mir gar nicht den Goldhelm kaufen, sobald ich oben bin. Ja, dumme Lüchte. Ja, voll die Invasion hier. Stimmt ein NPC nach dem anderen. Kommt mal runter hier und helft mir. Nee.